Das Rentenwunder, der Demografie-Kollaps bleibt aus, die Rente ist sicher vorerst. Bild-Zeitung vom 06.12.2023, Nikolaus Wunder bei der Deutschen Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen gleich so, da werden sich wahrscheinlich viele Bild-Zeitungsleser die Augen gerieben haben. In den typisch ganz großen Buchstaben hat die Zeitung, die ja ansonsten gerne auf den sogenannten apokalyptischen Untergang der Deutschen Rentenversicherung reitet, vor allen Dingen, wenn es um Soziales geht, eine solche Schlagzeile da uns ganz, ganz früh in die Nikolausschule gesteckt. Die Rentenüberraschung, wenige Zeilen später dann im Fettdruck, das Rentenwunder. Was ist passiert, meine Damen und Herren? Die Bild-Zeitungsleser, wir alle werden ja mit Hammer Nachrichten versorgt, die bei Ihnen ja letzten Endes oder bei vielen von uns dann auch Angst und Schrecken verursachen, wenn es zum Beispiel um das Thema der gesetzlichen Rentenversicherung geht. Wir haben ja da diese Begrifflichkeiten, die ich auch manchmal gerne verwende. Mega-Rentenerhöhung, gigantische Rücklagen, stabiler Beitrag. Die Rente entwickelt sich besser, als Experten und Regierungen in den vergangenen Jahren schwarz gemalt haben. Und jetzt zeichnet sich noch ab, dass der prognostizierte Demografie-Kollaps ausbleibt. Und auf was führt das die deutsche Rentenversicherung zurück? Und zwar auf den aktuellen Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2023. Und der Rentenversicherungsbericht sagt uns oder gibt uns Vorausberechnungen für Einnahmen, Ausgaben, der Einnahmen der Rentenversicherung, der Ausgaben und des Vermögens mittelfristig für die Jahre 2023 und 2027. Und zu diesen Berechnungen gehört natürlich auch eine bevölkerungsdemografische Entwicklung. Und wir haben ja viele Rentenversicherungsberichte, die haben immer Vorhersagen gebracht. Für den Rentenversicherungsbericht 2008 zum Beispiel, der hat gesagt, was im Jahr 2020 bei uns hier in Deutschland los ist. Oder der Rentenversicherungsbericht 2018 hat völlig andere Werte ausgespuckt, wie zum Beispiel der Rentenversicherungsbericht des Jahres 2023. Und der Sozialbeirat der deutschen Rentenversicherung hat auch die getroffenen Annahmen und Vorgehensweisen im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung für plausibel und für grundsätzlich nachvollziehbar gehalten. Es gibt natürlich, so muss man auch sagen, Korrekturen in der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes und auch eine ausgesprochen gute und für die Zukunft auch verlängerte Arbeitsmarktentwicklung. Das muss man auch so sagen, obwohl wir heute zum Beispiel am 7.12.2023 auch schon wieder hören, dass die etwas schlechtere aktuelle Arbeitsmarktentwicklung jetzt auch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ankommt und dass wir da sozusagen weniger Beitragszahler erwarten. Aber wir können auch sagen, dass die Rentenkasse doch sehr, sehr gut gefüllt ist. Ja, wie sieht es denn nun aus mit der demografischen Entwicklung? Die demografische Entwicklung wird nun in den Rentenversicherungsberichten immer mit Vorausberechnungen sozusagen berechnet. Und da gibt es immer wiederum Abweichungen in dem Rentenversicherungsbericht zum Beispiel oder in der Annahme des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2022. War es so, dass die Nettozuwanderung, also Leute, die nach Deutschland gekommen sind, für das Jahr 2022 bei 1,5 Millionen Personen höher ausgefallen ist als zuvor erwartet mit nur 200.000. Der Grund lag auch in der hohen Fluchtzuwanderung aus der Ukraine aufgrund des Krieges in der Ukraine. Bis 2023 soll die Netto-Migration auf jährlich 250.000 Personen zurückgehen und dann auf diesem Niveau bleiben. Das entspricht einem Anstieg um 35.000 Personen pro Jahr gegenüber der letzten Vorausberechnung. Meine Damen und Herren, was können wir uns sozusagen aus den Zahlen ableiten? Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Die Bevölkerungsentwicklung ist aktuell weniger schlecht ausgefallen, als man bei früheren Bevölkerungsvorausberechnungen als Ergebnis herausgekommen hat. Das hat was mit der sehr dynamischen Wanderungsbewegung zu tun. Zugleich muss man aber auch berücksichtigen, dass wir aktuell und das ist unbestritten in dem deutschen Arbeitsmarkt wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung erfahren haben. Wir haben eine sehr, sehr hohe Anzahl von Beitragszahlern, die ist jährlich gestiegen. Das ist wirklich gut, auch für die deutsche Rentenversicherung. Und ja, so kann man also sagen, so ganz vorsichtig auf Ihre Frage vielleicht. Ja, wie geht es denn jetzt mit der Rente weiter? Ist sie sicher? Die Antwort kann eigentlich nur lauten, wenn man die Zahlen sich anguckt. Ja, sie ist sicher, aber erst mal nur mit der Einschränkung vorerst. Ja, es sollte nicht verschwiegen werden, meine Damen und Herren, dass wir mit einer gewissen Unruhe auch auf die Zahlen der nächsten Jahre warten. Denn wir bekommen die Menschen aus der Babyboomer-Generation, die dann in den kommenden Jahren, beginnend ab 2025, den Arbeitsmarkt einfach verlassen. Und wenn wir die alle zusammenrechnen, dann wird sich rechnerisch wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren eine Lücke von gut sieben Millionen Arbeitskräften auftun. Das sind alles wirklich oftmals gut ausgebildete Fachkräfte, die man nicht einfach so ohne weiteres wieder ersetzen, substituieren kann. Ja, also das ist immer ein ganz großes Problem. Wie wird sich dann die Situation für die Rentenversicherung dann ergeben? Was ist dann los? Das wissen wir heute noch nicht. Aktuell geht es der deutschen Rentenversicherung finanziell gesehen auch gut. Also gar keine Frage. Sie kann ihre Aufgaben erfüllen und auch erledigen. Das macht sie auch. Aber wie sich diese demografisch bedingte Schrumpfung des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen, dann auffangen lässt, ob das noch aufgefangen wird, zum Beispiel durch Migration, also Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Wir wünschen uns, dass ja vielleicht auch das gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen und hier arbeiten. Ob das so kommt, das wage ich letzten Endes zu bezweifeln. Also man muss hier wirklich vorsichtig sein, dass man hier nicht wie die Bild-Zeitung alles sozusagen in rosa-roter Farbe und mit großen Sternchen und alle freuen sich auftut, sondern nein, hier muss man wirklich vorsichtig sein und sollte hier wirklich aufpassen. Die demografische Entwicklung in Deutschland hat noch gar nicht so richtig losgelegt. Wir merken es aktuell an den vielen freien Stellen, aber wir merken es aktuell noch nicht mit den Leuten, die noch arbeiten, aber bald in Rente gehen. Und auch die deutsche Rentenversicherung und deren Rentenversicherungsträger, auch die Knappschaft hat genau wie alle anderen auch das Problem als Arbeitgeber. Auch bei denen werden viele Leute in Rente gehen. Und dann stellt sich die Frage für die deutsche Rentenversicherung zum Beispiel, wie wird dann die Lücke in ihrem eigenen Personal aufgefangen? Kann man das über eine höhere Elektronisierung, Digitalisierung auffangen, indem man hier viele Dinge digital betreibt und dann automatisiert betreibt? Ist das rechtlich möglich? Kann man das technisch durchsetzen? Wie lange wird das dauern? Welche Auswirkungen wird zum Beispiel KI auch auf das Thema Rente haben? All das sind Fragen, die hier sozusagen noch gar nicht konkret beantwortet sind. Ich muss auch dazu sagen, noch mal zum Rentenversicherungsbericht 2023, es sind alles nur vorausberechnet. Wir wissen nie, ob das, was da drin steht, wirklich dann auch eintrifft. Wir wissen aber eines, dass aus den vergangenen Rentenversicherungsberichten, deren Vorausprognosen, was den Arbeitsmarkt anbetraf und auch den Wegfall von Arbeitskräften deutlich negativer war, dass das erst mal so, Gott sei Dank, nicht eingetreten ist. Denn dann hätten wir ansonsten schon viel andere Probleme mit der Finanzierung in der gesetzlichen Rente. Also, meine Damen und Herren, ein schönes Nikolausgeschenk mit der Überschrift durch die Bild-Zeitung. Aber wir müssen aufpassen, für die Zukunft können uns mehrere Millionen Arbeitskräfte fehlen, die wir durch Zuwanderung nicht mehr substituieren oder ersetzen können. Das ist das Problem, was mit den Babyboomern uns für die gesetzliche Rente blühen könnte. Es muss nicht sein, aber es sieht wohl danach aus, dass wir hier Probleme bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und eine prima Vorweihnachtszeit. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Nöppel.